Wir werden niemals das Opfer vergessen, die Admir Taylor für uns für aller Wohl gebracht hat. Auf dann, man sieht sich. Hey, wir sind schon so oft zusammen durch den Himmel und Hölle gegangen, wie ich kaum noch erzählen kann. Ihr seid die größte Hoffnung der Allianz im Kampf gegen die Horde. Aber das wisst ihr ja selbst. Was hält ihr davon, wenn ich hier ... Können wir die Org abschauen und bekämpfen ganz vielen guten Anzeiten? Die Pflicht eines Soldaten ist nie erfüllt. Wir hängen da beide dran auf Seite und Seite. Wir gedenken an und für Tyler. Und Tyler war ein wahrer Held der Allianz, seiner unzähligen Verdienste im Kampf. Für unseren Köln werden wir nie vergessen. Dank seines Heldmungsgelang es ihm unter dieser Spitze ein und gar nicht mehr in den Brückenkopf weiter den Vorschlüssen nach Dräner zu richten. Bevor er viel zu früh durch die Hand seiner eigenen Leute im Slam kam. Er möge in Frieden ruhen. Ja, leider. Ja, leider. Ja, leider. Wie ist das? Das ist mein Schade. Ja, leider. Aber das ist ein Schade. Ich habe mir mal einen Schade. Ich habe mich mit meiner Schade. So. Halt dich so rum. Ah. Ah. Cresto 3. Gut. Dann waren wir mal. Dann gehen wir mal zurück. Ich bin ein bisschen erkältet. Scheint das. Was zum Fick ist diese Musik, Alter. Lüftet den Schleier. Äh, das Kreinbrichser. Nicht länger verstecken wir uns. Kreinbrichser leben verborgen unter uns und waren über die Ritten, die für die Rückkehr des Clown-Königs. Wir haben durch die Produktion der Jünger, die ihr an euch vorgenommen habt, erfahren, dass zwei von ihnen Schattenlechten im Norden leben. Die Schatten sind in den Orks hinter das Griebim vorgenommen und die strahlenden Waffen der Jünger hat, das in einen rauchenden Kreider verwendet. Wie ihr seht, bedrängt die Feinde meines Volkes von allen Seiten. Kein Priester Eichschal hat überlebt. Und, äh, versteckt sich, trinkt diese Sechs hier in der Nähe in seiner Hütte, um einen Blick in die Schatten zu werfen. Verbindung ihn aufzunehmen. Die Schatten sind unruhig. Dann wollen wir, wollen wir mal los machen. Lassen wir hin. Oh. Habe ich den Flugpunkt schon? Ich glaube, ich hole mir erstmal den Flugpunkt da drüben. Wobei, ich glaube, den habe ich schon, oder? Ja. Ja, ich bin einfach senzabiliriz HD-Leish-Wattin. Ja. Habe ich. Oh. �! Aaaa! Heißabschneidung, der einfach schneiderten hat. Okay. Noch hat mich dieser Fluch nicht gebrachen. Ich habe etwas anders erwartet. Ich hatte etwas anders erwartet, als es hieß, dass ich Skyhilfe schickt. Egal, ihr werdet reichen müssen. Vorsicht vor dem Feuer am Himmel! Die Jünger umwandte mich her, aber ich hatte mich mal versteckt. Ich beobachte aus meinen Schatten aus, wie sie in meiner Hütte plünderten. Und sah ich, wie die Orks erst nach meiner Hand kamen und sie wie Schlachtvieh massakrierten scheinbar. Und dann sehr. Einer dieser Orksschläger hat sich mit meiner sehr coole Futterfange gemacht. Ich muss sie unbedingt wieder haben. Wenn ich irgendwie von der Hilfe sein soll. Neuer Nachbarn. Neuer Nachbarn. Neuer Nachbarn. Im Hinblick entsteht hier Di ribel身 die keiner anderen Zauberfange önemli. Der Wesen besteht aus Orks, die keinen anderen Clan bei sich dödchen würden. Sie sind statistische Krieger, die ihre eigene Körper verstirmen, weder als Zeichen der Sodlastin entlastet. oder weil sie einfach Spaß an den Schmerz haben. Das spielt auch keine Rolle wirklich wichtig ist, dass sie ihr Gebiet ausweiten, der ihn im Weg steht abschlachten. Wir müssen ihn entledigen. Seid vorsichtig. So weiter gehts. Ein schwitziges Passieren aus ein Ei. Ganz nicht heranfahren mit verheeren Herradehaften. Ein Einmalherzertritt sollte dieses Problem beseitigen. Okay. Machen wir das eben noch. Super. Okay. 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 Oh, ich kann ihn Schalderfahrt Das war's für heute.